Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken ja selbst, die Mykologie macht gerade einen unglaublichen Wandel durch. Nicht nur in der Diagnostik, PCR oder in der Therapie, auch im Erregerspektrum. Aus der ganzen Welt kommen neue Erreger zu uns, durch Migration, durch Tourismus, durch Tierhandel. Ich möchte Ihnen zwei neue Erreger vorstellen. Der eine kommt aus Thailand, Trichofüttern Mentagrophitis Typ 7 und der andere kommt aus Indien, Trichofüttern Mentagrophitis Typ 8. Zwei neue spannende Erreger. Der aus Thailand stammende Pilz sprengt im Grunde genommen alle Konventionen. Mikrobiologisch hat er auf den Petrischalen ein wunderbares weinrotes Pigment, aber noch eindrucksvoller ist seine Klinik. Wer diesen Pilz einmal klinisch bei seinen Patienten gesehen hat, wird ihn nicht vergessen. Ich hätte auf meine alten Tage nie gedacht, dass ein schnöder Dermatophyt eine solch starke Klinik hervorruft. Anfangs waren fast ausschließlich junge Frauen betroffen, die in Thailand Urlaub gemacht haben. Sie berichteten dort über Intimrasur, intensiver Sex und tropische Umstände. Ich persönlich glaube nicht, dass irgendein Pilz auf dieser Welt klimaabhängig oder rassenspezifisch wäre. Jeder von uns kann an jedem Ort auf dieser Welt einen solchen Erreger bekommen. Man muss auch inzwischen gar nicht mehr nach Thailand fahren, um sich diese Infektion zu holen. Der Erreger ist längst unter uns. Wir hatten einen jungen Mann, schwere Lymphknotenschwellungen, der konnte gar nicht mehr laufen. Der war nirgendwo. Na doch, der war schon wo. Der war bei einer Prostituierten bei uns in Berlin. Eine andere Patientin, eine 15-Jährige, hat Urlaub gemacht mit ihrem Freund auf Mallorca. Und ein nächster Patient hatte sich eine schwere, schwere Mykose der Hand im Zuge eines Safari-Urlaubs in Kenia geholt. Da stellt sich, wenn man das Bild sich betrachtet, die Frage, Pilz oder nicht. Der andere neue Erreger heißt Trichophyton ventacrophytus Typ 8, kommt aus Indien, ist mikrobiologisch nicht so beeindruckend wie der Pilz aus Thailand. Er ist auch weniger virulent, dafür aber in Indien bereits berühmt, berüchtigt als Erreger großer Epidemien. In der PCR, interessanterweise, haben wir beide Erreger, den aus Thailand und den aus Indien, sofort und exakt identifizieren können. Das Ergebnis war dort Trichophyton ventacrophytus. Also die Euroimmun-PCR erfasst beide Keime unter diesem korrekten wissenschaftlichen Namen. Das folgende ist unglaublich interessant. Im Genotyp sind beide Erreger relativ ähnlich. Sie unterscheiden sich aber im Phänotyp. Das heißt, die Kulturen sind völlig unterschiedlich. Das macht mir als alter konventioneller Pilzforscher, der mit dem Herzen gerne auch Pilzkulturen anlegt, natürlich große Freude und bedeutet für unsere Fachgruppe, für die Dermatologie, dass die Pilzkultur auch in Zukunft ihre Daseinsberechtigung behalten wird. Neben der PCR. Die PCR hat für ein ganz klares und schnelles Ergebnis gesorgt. Trichophyton ventacrophytus. Die Kultur kann unterscheiden zwischen Indien und Thailand. Was beide Erreger leider vereint, ist die Resistenz gegen Terminafin. Das ist ein Schock für die Mykologie, weil Terminafin bislang als die stärkste Substanz gegen Dermatophyten galt. Die gute Nachricht ist, dass alle sonst uns verfügbaren Antipilzmittel vom Idrakonazol über Sertakonazol, Zyklopirox bis hin zum Bifunazol gegen diese beiden neuen Erreger voll wirksam ist. Die Hemmhöfe sehen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das sieht so aus wie bei mir auf dem Kopf, da ist nicht mehr viel übrig. Was will ich damit sagen? Egal wie neu, egal wie fremd, egal wie hartnäckig die Pilzerreger sind, wir können trotz allem jede Mykose heilen. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg.